So, dann wollen wir noch schnell nach St.Morning St.Morning Die ziehen sich, die letzten Da hat er recht Da müssen wir ihm recht geben Die letzten Prozent vom Pet, die ziehen sie immer richtig Zerwin Fünf Stück konnten wir immerhin machen Hausaufgaben schon fertig, die waren ja easy So meine Freunde Dann würde ich sagen, beenden wir den Stream Für heute Zwei Stunden haben wir wieder gebowlt Ich bedanke mich an alle Fürs Zuschauen, ich bedanke mich an alle Donater, die mir unterstützt haben Danke an Simon fürs Supporten Ihr seid die geilsten Und ja, Imaxor, du musst noch ein bisschen leveln Spaß beiseite, Chef Ich würde mich auf jeden Fall freuen Wenn wir uns dann die nächsten Wochen wieder aktiv dabei Wiedersehen, wie gesagt Die Let's Plays, da sehen wir uns nicht mehr Und ich werde jetzt auch nicht sagen Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Nein, das werde ich nicht sagen Wie gesagt, wenn ihr das Video neulich gesehen habt Checkt das neueste Video auf meinem Kanal aus Wo ich sage, dass ich mit Let's Plays aufhöre Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video